Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge nach einer langen Zeit und zwar Eurotrack Simulator 2 In der letzten Folge haben wir einen schnellen Auftrag angenommen und zwar nach Mattenburg und Strafungszentrum in Menkoe So viel Ich habe meine kleine Fragen an euch und zwar möchtet ihr mal dass ich mal noch andere Spiele zeige, wie Notruf 1, 1, 2, oder Flughafenkörner, oder Satisfactory, oder das habe ich hier noch... Transportfever hätte ich noch mal, das haben wir eigentlich schon mal gehabt, das hat mir ja dann nach einer Zeit nicht mehr so viel Spaß gemacht, das habe ich noch im Angebot, also Fortnite will ich nicht machen, will ich Elche-Sacke und ich bin drinnen. Wir könnten ein neues Landwirtschaftssimulator-Projekt starten, ein zweites, so ein ganz neues, anstatt Kleinzernhof, weil auf Kleinzernhof fahren wir ja jetzt auch 32 Folgen, 32, ich glaube ja. Rechts halten und dann ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Den nächst rechts abbiegen. Wie lange ist es ja auch nicht mehr hin, da bin ich ja dann 16, und da werde ich auch mal mit Kali sprechen, ob ich dann auch anfangen kann zu streamen. Ich habe noch mal gesagt. Wollt ihr... Wenn ich unser Wechsel gegenseitig an. Hier ist das Kali. Es ist alles ganz schön. Wir könnensdaten hier nicht kommen und machen. Wir könnensdecken. Mont Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Wir sind heile angekommen. Heile? Naja, nicht ganz. So. 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 Ich bin noch kurz drin, ja. Jetzt haben wir es geschafft! Vorfahren! So, 22.000 haben wir auf der Uhr stehen. So, wir gucken mal bei den externen Aufträgen. So, wir nehmen den hier. 12.9. Wir nehmen den hier. Oder? Wo stehen wir gerade? Das würde ich immer gerne als erstes wissen. Nicht, dass wir dann Magdeburg stellen und wir einen Auftrag für Hannover einnehmen. Wir stehen in Hannover. Okay. Okay. Wir haben hier ein Bagger. Für Stuttgart 21. Zeit zu gehen! Biegeln! Biegeln! Nach rechts ab. Wir biegen kurz mal nach links ab. Okay, lass uns eine neue Route finden. Okay, lass uns eine neue Route finden. Das habe ich auch nicht gesehen. Ich bin ETS. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Rechts halten. Biegeln! 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 Ick? Biegeln! Biegeln! SONG! Biegeln! Dimm! Biegeln! Gle. Wion ext�. Dimm! Dimm! Gle уже prep cuarto. Demnächst links abbiegen, biege nach links ab. Es ist vorbei. So, Auftrag annehmen. Okay. Okay, wir fahren los. Nee, fahren wollen wir nicht. Wir fahren wollen los. Was mache ich denn? Biegen nach links ab. Bitte rechts halten. Ja. 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 Ja.